Ich denke, das hängt mit der Lebensqualität zusammen, die wir durch das tatsächliche Einziehen in ein größeres Grundstück, in einen eigenen Gartenanteil, eigenen Rasen, mit einer eigenen Terrasse natürlich eigentlich logischerweise auch als erhöhte Lebensqualität empfindet. Aus meiner Sicht ja, das sind aber verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also vor allen Dingen im Online-Bereich gibt es natürlich tolle Rechner, die ich auch genutzt habe, muss aber dazu sagen, wenn man jetzt nicht sehr viel Vorkenntnis hat, dann fällt es einem sehr schwer, die Dinge auch richtig einschätzen zu können. Ich denke, das ist wichtig, sich mit einem Fachmann auszutauschen und die Dinge wirklich auf den Grund zu gehen, denn schließlich läuft so eine Finanzierung echt ein halbes Leben.